Oh, wieso bin ich jetzt Jumpmaster? Weil ich nicht. Du wirst... Absprung! Durchhalten! Wie ich vom Drache gelernt habe, derjenige, der den Charakter einfach auswählen lässt, ohne aktiv zu sein, der wird anscheinend... äh, nicht Jumpmaster. Wo landest du? Hier oben links in die Kiste, da! Da! Und die Gegner jetzt gerade landen? Äh, hm, hm. Ne, 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 nop, 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 nop! I don't want a beer! Wir haben es noch nicht gesehen, geht er nicht hoch, geht er nicht hoch! Oh, die Party hat schon angefangen! Hier ist ein... ne, Alternator? Kann Alu-Wakpa spielen. Malz. Wenn du da rein möchtest, ich hab nen fucking Bogen, also... Achso, ich hab ne... ich hatte bis vor kurzem nur ne Grenade. Was wir hier brauchen, ist ein wenig mehr von... mir. Die sind da drin. Ja. Öffne Feuer! Sehr viel liegen lassen. Die kommen wieder rein, die kommen wieder rein! Die hat nur ne Shotgun. Nein, die Arona ist da! Jupp. Jupp. Eine Stump. Ich hab dich angeschaut. Ich darf die Shutdown, ist ein fucking Wunder. Jupp. 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 Hier liegt ne Peacekeeper. Nice. Ich hab aber auch einer, die liegt aber noch schwere Monizum, wie du siehst. Ist einfach unfair, wie fucking früh auch, äh, Mirage deine fucking Ultrad, holy shit. Jupp. Da liegt ne Sniper Scope, wenn du willst. Ich hab keinen Sniper. Ich hab ne Fiendschifter und ne Havoc. Hier ist deine Schildbatterie. Ne, warum müssen wir die nicht selber? Also ich nehm die aber... Hier ist ne... hier ist noch ne... Papier ein. Flatline. Ja. Problem 30-30 gerade. Flatline besser, oder? Verdammt, hier liegt sehr viel... Energie-Munition. Eine Hälfte erledigt. Eine Hälfte erledigt. Eine Hälfte voll. Die Frage ist nämlich, haben wir hier... Ne, haben wir nicht. Ich seh mich ja schon irgendwie bei Hammer-Punk-Munition, wenn die eben Fabrikator ist, aber... Ja, komm mit. Schauen wir mal, was hier unten noch so ist. Hätten wir diesmal im Inspektor. Großer Hubsack? Du hast noch ein bisschen Lebensschaden, ne? Ah ja, voll. Oh wow. What a coincidence. More Syringes. Is the Caravine? Hier ist eine R3001. Mach mich nicht schwach drauf. Was? Ich bleib' jetzt beim... Ich bleib' jetzt bei der Havoc erstmal. Die ist ziemlich gut ausgestattet. Okay. Ähm... Ah, schon für den Verschluss ist auch ein Fabrikator, ne? Wäre natürlich in Lilla schon nicht so schlecht. Da ist der dümmste auf, dass ich den hier noch mal Shotgun haben kann. Zweifach-Visier. Mhm. Auf den Shotgun? Ja. Was sind eigentlich die alternativen Feuermodi bei... Joke enabled, Joke disabled. Aha, I see. Äh, du kannst halt, wenn du den Joke auflädst, hast du halt weniger Pallet-Spread. Deutlich weniger Pallet-Spread. Achtung, liefere Care-Paket aus. Doom disabled. Uh, Care-Paket gar nicht so weit weg von uns. Ey, ich dachte, mit Choke ist die Shotgun eine absolute Sniper. Heavy-Millation-Lose. Prowler-Heavy. Bist du? Bist du jetzt über Stings-Gong? Ja. Zack, und wieder einer! Bist du jemand? Nein, nur mein Köder. Ah shit, geht zu früh. Eins blauer Helm. Hm? Brauchst du ein paar Medi-Kids? Äh, ich hab eines und drei Schildbatterien. Hier, nimm mal ne Schildbatterie. Äh, warte mal. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Schau mich weg. Schau mich hin rum. Loll, okay. Legit, ich brauch davon absolut nichts. I've been literally holding, ja. I'm sorry. Sorry. Ich weiß, ich weiß es zu schätzen, aber ich brauch davon gerade nichts. Soll ich einen Rucksack craften oder einen Helm? Ähm, ich würd eher einen Rucksack einfach so vorzugen. Ein Helm ist halt nur... Es reduziert halt Headshots-Schaden. Ja. Aber wenn du hier die Fabrikatoren-Materialien einsammelst, kannst du vielleicht sogar beide craften. Äh, nö. 70. Keiner hier oben, oder? Jetzt ist ein weiteres Schweres-Magazin. Du für drei. Brauchst du blaue Rüstung? Ähm, ich habe blaue Rüstung. Okay, gut, ich hab jetzt lila. Vielleicht ist deine blaue Rüstung besser als meine. Nein. Das ist die lila... äh, ist die lila... was ist die Ding so rum so? Das ist ein blauer Helm, den nehme ich gerne. Und ein blauer Rucksack. Okay. Für die für die Repeater. Noch einer. Da drüben ist noch ein... Hersteller-Material. Ja, hab ich gesehen. Da wir so nahe in der Zone sind, brauchen wir uns auch noch nicht beeilen. Ich geh nur hier unten eine Box aufmachen. Die Brücke mache ich hoch. Ah. Oh. Das ist was fucking terrified me. Ich verstehe. Ich verstehe. Hallo. Oh, guck mal. Da ist Leder Rüstung gut, dass ich gerade irgendwelche gecraftet habe. Hey. Na ja, mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Oh. Da ist schon... Den hast du uns jetzt schon gesnackt, den Stock. Yep. Schild hat er irgendwie mit. Aber wie sonst noch was, ne? Oh. Oh, hier ist ein Team. Ich bin gleich bei dir. Dort am... Danke, ich seh's. Ich muss mal gerade einen Abflug machen. Hauptsache, ich hör die Warnung von deinem Charakter, Alter. Dass da ein Team ist. Ich bin da unten gedroppt und ich glaub ich krieg gleich Besuch. Nö, nö, nö. Ich muss kurz durch den Sturm hoch, aber... Der andere ist bei mir, der andere ist bei mir. Noch ein Weg? Oben, oben, oben. Nice. Du weißt, dass deine Passive ist, dass du hörst, wenn man dich anvisiert, ne? Jaja. Ich hab halt deinen Voiceline in derselben Sekunde gehört, wo ich die gesehen habe. Guck mal, bevor du Rüstung hochheizt, ob du die hier so wechseln kannst. Ich glaub, der hier hatte Dilan eine Rüstung. Nein, hatte er nicht. Aber er hat ziemlich gute Aufsätze. Mach er das. Aber es nehmen. Oder im Blauen Helm. Mh, nein, die kommt, glaub ich, erst nach dem Update wird die verfügbar. Also ich werde sie mir... Ja, aber das Update ist runtergeladen, installiert nur zum 19 Uhr. Steinen Rucksack, ne? Ja. Und was halt? Freeload, so... Hat der... Hast du hier die Aufsätze gesehen? Aufschossen, aufschossen, aufschossen. Schon wieder? Da hinten. What the fuck? Heil dich mal hoch, schnell. What the fuck, von wo? Da hab ich gepinkt hab. 270 Meter, irgendein Sniper. Okay. Der Ring schließt sich in einer Minute. Lade meine Schilder auf. Wir müssen uns halt wegen des Rings bewegen. Kannst du mit deinem Teleport vielleicht nach da unten ein Portal setzen? Also... Du aktivierst dein Ult und dann deine L1-Fähigkeit und sprintest halt los. Ah, so, ja. Wohin willst du? Wohin willst du? Nach der unten Richtung... Kürzeste Strecke in die Zone im Prinzip. Go, go, go. Und jetzt deine L1-Fähigkeit, damit du schneller und unsichtbar bist. Genau. Lauf so weit du kannst, ich komm dann mit dem Teleport hinterher. Okay, ne. Nach links, nach links in den Tunnel. Weniger... Weniger offene Fläche. Jaja, klar. Kann man kurz hochhalten, dann bin ich nemox live. Ich hab übrigens ein... ...ein Dings dabei. Ein Hitschill. Okay. Hier ist noch ein Liederschaft. Komms. Oh. Kann ich denn kippen? Ne, kann ich jetzt. Ja, brauche ich. Uh, mein Sohn. Komm schon. Komm, 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 komm. Jo. Ja. Du bist doch jetzt. ZONE. Mein Freund. Ich sehe es, ich sehe es. Seht euch das an. Da kommt ein Herrmannschiff. Du kannst mit deiner L1-Fähigkeit, glaub ich... ...Zonenschaden nicht mehr umgehen. Ich bin mir grad nicht sicher. Hm. Lauf, Forrest, lauf! Dann kannst du auch sliden, naja. Ja. Champion is dead. Da oben sind Gegner. Da drüben könnte etwas sein. Schon wieder? Jetzt gibt's immer Gegner, Alter. Ja, 100%. Oh, ich hab's gesehen mehr. Wir sind erstmal jetzt schon mit chillen, mal kurz hier. Jemand zieht doch auf mich. Ja, die sehen dich. Ja, ich hab's voll geschafft. Natürlich haben sie Fuse. Das ist Fuse. Der ist einfach nur nervig. Ich hab leider nicht so viele Nades, aber du könntest halt sonst mit deiner... Ja. Mit deiner Fähigkeit... Wir müssen hier weg. Und sie treffen mich. 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 Verwirrt. Versuch's aber... Wir fliegen so ein paar Kugeln ins... in den Arsch. Ich lade meine Schilder auf. Das war jetzt ein bisschen Verschwendung, aber egal. Guck, wo die herkommen. Ich schick meinen Köder. Du stehst mein Köder im Weg. Ja, die sind da. Ja. Ich hab einen. Ja. Der ist aber bei seinem... Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Er läuft ins Feuer. Mach deine L1. Dann hörst du auf zu brennen. Habe ihn. Oh, lol. Drei Squats nur noch. Ah, guck mal. Klärpakete bist zum Fick nicht mehr. Ja. Oh, Schutzengel-Rucksack. Nice. Den nehm ich gerne mit. Was hat der andere? Ich hab 16 Schildbatterien. Du hast 16 Schildbatterien, Alter. Fällen. Fällen. Was hat der? Nimmst du den Rucksack, oder? Nee, gönn dir. Ich hab's noch einen schon. Die hatten beide einen. Deswegen wollte der also resin. Wenn du... Wenn du mit dem goldenen Rucksack wiederbelebst, kriegst du, äh, halben Schild, halbes Leben, ne? Ah. Äh, ja. Schildbatterien nehme ich an. Ah, guck mal. Ein goldenes Visier. Das ist gut für meine... für meine Shotgun. Wiener Spatterie? Nee, brauch ich nicht. Wir müssen jetzt mal die letzten Teams finden, damit wir da ein bisschen mitmischen können. Ja. Dann ist noch ein Care-Paket. Ja, die Seilrutsche auch an das Wild hier. Die Seilrutsche? Ja, ja. Die einfach so Crossmap bis in die Stadt reingeht. Aha. Auch ein paar Schrotflinten-Pattonen. Okay. Okay. Aber es ist nicht dringend. Also ich hab noch 24 Schuss plus 5 im Magazin. Ah, da kann ich es uns geben. Da kann ich es uns geben. Ja, wenn du 8 mehr gibst, wenn du einen Stapel anklickst, wenn du einen Stapel anklickst, kannst du auch die Hälfte immer wegwerfen. Beruhig dich. Ich hab noch 32. Ja, nimm's. Ich hab jetzt auch 32. So, wie 40. Bist du? Ich bin echt glücklich, dieses Universum. Ja, wir sind gut in der Zone, aber... Ich mag es lieber, wenn wir nicht den letzten Kampf anfangen, sondern eigentlich die Gegner. Kann ich völlig nachvollziehen. Das ist ein Care-Paket, ja. Wir chillen einfach mal ein bisschen. Wir suchen noch eine entspannte Position. Hier wurde auf jeden Fall jemand wiederbelebt das Spawn-Beacon ist deaktiviert. Ja. Ich geh mal hier im Berg hoch. Ich hab immer noch kein Turbolader gefunden, ne? Wenn du Schüsse siehst oder im Chat steht, dass ein Team Locked geht, müssen wir sofort los, damit wir die kriegen, bevor die sich wieder hochheilen. Richtig schön, eklig, Third-Party rumschimmeln. Da vorne. Ah, okay. Dann pushen wir die jetzt. Let's go. Haben die da Schilde? Wir auch. Dort. Da drüben könnte er etwas sein. Weiß, aber... Informiert trotzdem. Caustic und Raze, glaube ich. Und das andere Team ist übrigens da hinten. Achtung, hab hier einen! Ach, geil. Crossfire, das grüßen, Alter. Okay, Raze portet sich weg. Kommen wir zu mir vielleicht. Ich bin auf dem Weg. Caustic ist hier oben. Moin, die fette Sau. Oder? Ne. Er hat den Teleport genommen. Wir können kurz chillen. Die laufen jetzt ins andere Team rein, denke ich. Dann haben wir kurz ein bisschen Ruhe. Ich höre hier einen Pfeil. Schuss. Ich glaube, er wird's angeschossen. Okay. Oder nicht? Ne. Entweder sind die über uns, kommen wir ein bisschen Schritt näher. Bleib bei mir. Stay with me, Zyka. Ah, da sind sie. Stay with me, if you want to live. Äh, Fia. Fia, das. Okay. Ja, natürlich sind wir jetzt wieder die, die gefickt werden. Hm, 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 hm. Das gefällt mir nicht. Komm mal rein. Komm mal hier rein. In den Bocker. Tun so, als wären wir nicht da. Mit 2 für 2 gehen wir hinten raus, wenn die Zone nicht mitspielt. Ill. Was hast du gesagt? Ja. Lass uns nicht drüber reden. Da. Da drüben ist ein Böse. Ziel gesichtet. Ich glaub, die haben uns auch gesehen. Verdammt, bis jetzt. Die sind hinter dem linken Stein. Oh, okay. What the fuck. Hat mir ja grad Schaden gemacht. Der, der hinten, belebt einer wieder. Oh, nee. Der war alleine, das hier. Wir sollten da jetzt reinpushen. Kannst du ein Teleport machen oder so? Ja, scheiß drauf. Weg aus dem Bogenstern. Oh, fuck. Der down. Zweiter down. Zweiter down. Einer hat ein Restchild von denen. Ja. Hier. Ich mach kurz den Finisher. Tschau. Schnapp dir mal schnell den Schild, damit du wieder voll bist. Die können nicht so gute Ausrüstung haben, weil die sich gerade einmal wiederbelebt haben. Aber Vorsicht, die pushen jetzt. Hier rechts, rechts, rechts bei mir. Ich hab einen noch. Ja, muss andere. Dahinten. Ich mach erstmal das Herz kaputt und wir chillen kurz. Ich muss mich hochheilen. Ja, äh, 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 äh. Heil dich, der hat einen Bogen. Der kann dir super schnell das Leben wegnehmen. Siehst du ihn noch? Moment. Nö. Der darf nicht resen. Doch, doch, doch. Ich seh, ich seh, ich seh. Wo, 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 wo? Ah, ja. Oh, ja. Der darf nicht resen. Doch, doch, doch. Der darf nicht resen. Der darf nicht resen. Der Schildbreak. Jawoll. Mit der Friedenstifte einfach wieder diese wunderschönen Schüsse. Ha! Oh, mal starke Runde, Alter. War richtig gut. Stabil. Wir haben sogar beide Teams am Ende gemacht, anstatt zu Third-Party. Wir haben ehrenvoll gewonnen, könnte man sagen. Aber Hauptsache, die Resen, die Resen am Care-Paket. Tja, safe. Wieler Rüstung, Alter. Na, moin. Was ist da los? Was? Ah, ja. Tend...